Oder nicht? Ich muss sagen... Wann war denn dicht gerade? War da gerade ein Fisch? Okay. War da gerade ein Fisch? Hast du da überhaupt tief? Ja, das ist tief. Oh. Es ist tief. Ja. Psch 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 psch. Ja, Luca. Das ist mal nicht im Weg. Ja. Das ist so schön. Nein! Das ist so schön. Das ist nassfeuer. 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 Du machst das Handy nass? Nein! Ruf! Ruf! Ah! Nicht raus! Nicht rum spritzen! Nicht rum spritzen! Ah, deine Hose! Alter, meine Hose! Das ist geil! Ist nicht alle gaffend? Ach nee! Ey, komm, lass doch von hinten alle reinspringen. Ja, alle vor allen Dingen. Ja, echt mal. Shit! Ja, warte! Aber ey, ja, Moment, der Ding. Oh, Alter, soll ich... Meine Hose ist erst mal ganz schwer geworden, also... Okay. Scheiße, ich warte mal, da gibt's meine Sachen. Hier springst du, da rennst du immer. Oh, geil! Oh, geil! Das ist geil! Oh, ich komm nicht mehr hoch! Oh, ich komm nicht mehr hoch! Alter, die Kälte macht eins auf die Schatten, oder? Oh, geil! Warte mal. Scheiße! Jetzt noch mal die zutiefen, oder? Take me! Fass! Kann ich dir helfen? Ne, warte mal. Mir stehe, die Hose rutscht. Ein bisschen runter. Das ist... Ah! 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 Die Scheiße! Ah! 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 Scheiße! Das ist geil! Ah! Ja! Oh mein Gott! Ah! Ah! Sieht man nicht! Ne! Sieht man nicht die Streifen! Ne! Also auf dem Video! Ah! Ist er da? Meine Schminker verschmiert? Nein, oder? Hat sie? Nein! Tristan! Meine Schminker verschmiert! Hallo! 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 Meine Schminker verschmiert! Ja! Warte! 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 Das stimmt. Und wir waren mal hier, ja, und dann hat uns so ein Opa erzählt, also ich war mit Franz und Lukas hier, ja, und dann hat uns so ein Opa erzählt, dass sein bester Kumpel in den Strömungen da drinnen gestorben ist. Ja, weil man da runtergezogen wird. Der beste Arzt. Also ich mach nicht noch mal was machen, ich muss erst mal ausprobieren. Soll ich jetzt laufen, mach's? Macht Spaß? Ja. Auf den Rücken gewonnen. Lisa wurde angerotzt. Schön auf den Rücken gerotzt. Komm weiter. Nehmen wir mal die Sachen aus. Guck mal an die Sachen. Möchtest du mal die Sachen aus? Wo gehen wir jetzt hin? Ich krieg nicht. Boah, ja? Hm. Hallo. Ey, komm mal, ich hab's hier dritten. Ey, wo? Beipachtest du? Oh, scheiße, scheiße. Das ist alles. Gina Tanga. Oh. Juni. Ich kann so meine Hose bei. Soll ich gar nicht, wa? Ich kann so ein Aufwand suchen. Geh mal nochmal rein. Nee. Komm mal. Komm mal. Komm mal.